Er macht dann mit denen so ein Spiel, weil er sagt ja immer, du sollst nicht mit dem Metronom üben, er hat alle den Groove. Meistens, warum du nicht groovst, ist, weil du nicht weißt, wie die Noten gehen oder die Technik nicht kannst oder so. Das hat gar nichts mit deinem Timing zu tun. Und er beweist das, er singt mit denen so ein Lied, da sollen die Personen klatschen. Und dann macht er das mit dem und irgendwann aus der Kalten heraus macht er es dann viel langsamer. Was habt ihr richtig gemacht? Ihr habt auf mich gehört und habt reagiert, weil ihr alle Timing habt. Keiner hat plötzlich so schnell geklatscht wie vorher oder so. Ihr hört nämlich alle hin, was ich mache und immer reagieren die Leute richtig. Und er sagt, das ist das Zeichen, dass ihr Timing habt.